So, einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einem etwas ungewöhnlichen Video heute. Aber so langsam habe ich die Schnauze voll von den ganzen Spammern, Scammern und anderen Nervensägen auf meinem Kanal bzw. in meinen E-Mails. Heute habe ich eine E-Mail bekommen von einer ehemaligen Klassenkameradin, die, nun ja, mehr als 10 Jahre definitiv keinen Kontakt mehr mit mir hatte, bzw. einmal dazwischen und da war es auch schon Spam. Und die wurde offensichtlich irgendwann mal gehackt, aber nun ja, da kann man nicht wirklich was dagegen tun. Aber die E-Mail war auch relativ interessant, da stand drin, ich kann euch das leider nicht zeigen, weil ich natürlich die E-Mail-Adresse nicht leaken möchte, weil die wirklich wahrscheinlich noch benutzt wird, was echt übel ist. Aber ich habe sie natürlich benachrichtigt. Da stand drin, die Zeit vergeht so schnell wie geht's. Und dann kam ein wunderschöner Link, den ich euch gerade mal zeigen möchte. Das war der hier, grobmatherme1882.blogspot.mx So, wenn man diesen wunderschönen Link aufmacht, dann landet man auf dieser Seite hier. Oh, jetzt ist es eine andere Seite, das ist ungünstig. Also, wie wir sehen, ist die Seite leider nicht jedes Mal die Seite. Im Endeffekt leitet mich das Ganze immer weiter auf dieses T500 Track 18. Allerdings, nun ja, nicht immer mit derselben Intention. Also, es wird manchmal einfach was anderes angezeigt. Und ich möchte euch gerade mal so ein bisschen durchführen, wie dieses ganze Spam-Zeug aussieht. Das heißt, wir sehen hier Zeit Online. Der Link war also offensichtlich an deutsche Personen gerichtet, weil die Nachricht war auch auf Deutsch verfasst. Und dann steht hier plötzlich Zeit Online. Das ist ja eine Webseite, die absolut vertrauenswürdig ist. Und dementsprechend kann da keine falschen Informationen stehen. Und dann steht hier plötzlich TV-Stars, Investitionen, Geheimnisse. Frank Elstner, keine Ahnung, wer das ist, erzählt seine erstaunliche Krypto-Code-Geschichte. Und dann steht hier halt so ein paar vertrauenswürdige Fotos. Sogar Namen von Autoren sind da. Und dann hat jemand einen wunderschönen Text verfasst. Und irgendwelche Menschen, die wichtig aussehen, die auch ein bisschen gephotoshoppt aussehen, wenn ich ehrlich bin, stehen dann da so rum. Und dann sieht man hier so ein paar Screenshots von Krypto-Code. Ja, und dann kann man hier draufklicken. Und das ist natürlich offensichtlich keine Werbung oder sowas. Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Wie komme ich da drauf? Egal, wo ich draufklicke. Egal, welcher Link das ist. Wir sehen hier unten, es leitet mich, also das sehen wir da unten. Es leitet mich so oder so nur weiter auf eine track18.com slash visit. Es ist gleich blablabla Seite weiter. So, wir machen das mal in einem neuen Tab auf, damit ich die hier behalten kann. Und dann landen wir hier bei, bei, mach mal hin hier, langsamer Scam-Server hier, bei Krypto-Code-Punkt, was auch immer, denken wir zumindest. Aber in Wahrheit landen wir bei Krypto-Code-App t500track18.com und die Seite hat natürlich auch hier überhaupt kein Zertifikat. Das heißt, das Ding ist nicht sicher, wie wir hier auch direkt sehen können. Ja, eine Session haben wir hinten dran auch angegeben, damit wir auch schön wissen, was da alles so passiert ist. Und, ähm, naja, dann haben wir hier noch, warten Sie noch, bevor Sie gehen, blablabla. Okay, das heißt, was wir jetzt hier machen, ist erstmal Folgendes. Wir sehen, hier ist ein YouTube-Video eingebunden, aber ich kann es nicht pausieren. Das ist super nervig. Und dementsprechend machen wir das hier mal kurz weg, diese wunderschöne Seite. So, und jetzt sehen wir leider, dass diese ganze, dieser ganze Kram hier auf nicht deutsch ist, ähm, weil ich meinen Browser immer mal wieder umstelle, damit das hier nicht zurückverfolgt, oder zumindest ein kleines bisschen mehr Verwirrung stiftet, wenn ich damit was mache. Ich habe hier aber selbstverständlich noch einen Chrome in der Hinterhand, und der ist auch schön deutsch, dann sehen wir auch gleich, was ich hier tue. Den seid ihr, glaube ich, auch eher gewohnt. So, wir gehen jetzt hier mal her und untersuchen dieses YouTube-Video da, weil wir haben ja ganz kurz am Anfang gesehen, dass das eigentlich YouTube war, und, wow, ist der langsam. Ähm, okay, es tut mir leid, das Ganze läuft selbstverständlich über eine VM, aber das muss leider so sein. Okay, warten Sie noch, du kannst mal kurz warten hier. So, und ja, jetzt sehen wir hier, dass dieses Ding eine Div Class Antiklicker ist, ja. Das heißt, wir können auf das YouTube-Video nicht draufklicken, weil das quasi von, von denen blockiert wird. Und das ist einfach nicht, ähm, möglich, da dann irgendwie drauf zu klicken, und deswegen gehen wir hier mal her, Position, absolut, nein, wir machen jetzt einfach mal hier Element Style Display, none. So, verzieh dich, du Antiklicker, und jetzt haben wir plötzlich Zugriff auf das YouTube-Video selbst. Wundervoll, ist das nicht toll? So einfach kriegt man Zugriff auf YouTube-Videos. Alternativ hätten wir hier auch das YouTube-Video direkt über den N-Bett gehabt, aber wir können selbstverständlich auch einfach das YouTube-Video so aufmachen und das Ganze hier finden. Ja, es dauert ein bisschen. Das Ding ist nicht mal pausierbar und geht über neun Minuten. Das ist schon ziemlich nervig, muss man sagen. Und, ähm, ja, es lädt immer noch ein bisschen was nach. Wie wir hier auch gleich sehen können, was ist das denn alles, was mir hier vorgeschlagen wird? Interessant, was sich die Leute sonst noch so angucken, die normalerweise dieses Video angucken. Also, ihr seht, das Ganze ist ein Incognito-Modus. Ihr braucht jetzt nicht irgendwie sagen, hey, das guckst du normalerweise, wenn wir nicht zugucken, sondern, ähm, das sind tatsächlich die Videos, die sich Leute angucken, die normalerweise dieses Video hier gesehen haben. Und, ähm, ja, da sehen wir auch, was normalerweise die Zielgruppe von solchen tollen Webseiten ist. Denn, ja, Spiritual Awakening, Dream Sounds, prestigious Gaming, okay, das ist emotional and relaxing music und so weiter und so fort. Also, irgendwelche Gamer vielleicht, aber irgendwie auch, ähm, Deep Healing Energy. Wow. Und, ja, wir sehen hier auch, das Video ist nicht gelistet. Das heißt, es ist eigentlich nicht mal wirklich, ähm, sichtbar, das Video. Man kann das nicht über die Suche finden. Crypto Code App Part 1 heißt das Ding. Und, ähm, es ist von einem Alex M. Ali hochgeladen worden. Den verlinke ich dann natürlich in der Beschreibung. So, lasst uns jetzt mal aber Folgendes tun. Und zwar hier diese Crypto Code App, ja. Crypto Code App scheint irgendwie wirklich ein Ding zu sein. Crypto Code App. Lasst uns mal danach suchen. Ich bin mal gespannt, was wir hier Schönes finden. Bam, wir haben was auf Google Play Store und so weiter und so fort. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das hier, oder diese Seite hier, ob das wirklich Scammer sind, sozusagen. Oder ob das hier eigentlich bloß eine Werbeanzeige ist, damit jemand Werbung bekommt. Oder ob die einfach nur Leute scammen wollen, die diese Webseite hier besuchen. Oder ob die halt tatsächlich zur Crypto Code App, ähm, gehören und dort quasi, ähm, naja, was erreichen wollen. So, ähm, das ganze Ding scheint hier irgendwie nicht von... Jo, okay. So, ich habe jetzt wirklich lange gesucht und ich habe tatsächlich einen einzigen Link gefunden. Einen einzigen. Ich habe wirklich gut gesucht, okay. Ich habe einen Link gefunden zu diesem Crypto Code. Und das ist dieser Crypto Code Punkt Online Link. Hier steht allerdings in der Überschrift nur registered at namecheap.com. Und wie wir hier sehen können, sind auch alle Rights Reserved. Das heißt, das Ding existiert nicht mal mehr. So, und, ähm, ja, was anderes gibt es tatsächlich hier nicht dazu. Alle anderen Links wurden gelöscht. Es gibt einen Haufen, Haufen Fake Reviews im Internet. Ihr könnt gerne mal nach Crypto Code selber suchen, aber bloß nicht registrieren, okay. Ähm, aber es gibt im Endeffekt diese, ähm, Fake Reviews und mehr gibt es im Endeffekt nicht. So, ähm, da wurden auch ein paar andere Seiten noch so unter die Lupe genommen und tatsächlich, äh, dann empfohlen. Aber ich würde denen wirklich nicht trauen. Die sind entweder alle selbst geschrieben oder gekauft. Es gibt sogar eine Webseite, die nennt sich Crypto Code Punkt Info oder sowas. Und die schreiben eine Review über Crypto Code. Das muss man sich mal überlegen. So, und ja, wenn wir jetzt das hier soweit wissen, dann wissen wir, okay, diese Webseite ist offensichtlich bösartig. Und wir können den hier auf YouTube auf jeden Fall mal getrost reporten, was wir übrigens alle mal tun können. Wie gesagt, ich packe den Link in die Beschreibung rein. Ähm, oder ich packe es vielleicht lieber nicht in die Beschreibung rein. Vielleicht bärt YouTube mich dann sonst. Ähm, weiß man ja nie. Aber ja, ihr könnt gerne mal hergehen und hier oben dieses Ding abtippen und dann einfach mal reporten. So, und diese Webseite hier ist unfassbar nervig, will ich gerade mal so sagen. Weil jedes Mal, wenn man aus dem Fenster rausgeht, ähm, wird man dann wieder zurück verwiesen an, hey, bitte geht doch noch nicht. Seht ihr das? Sobald ich aus dem Fenster rausgehe, ist super, super nervig. Okay, naja, auf jeden Fall, ähm, was man hier tun kann, wenn ich jetzt hier irgendwas eingebe, beziehungsweise hier irgendwas eingebe. Und wehe, du spielst jetzt diesen Ton ab. Natürlich spielt das ab. Okay, ähm, ja, wenn ich irgendwas hier eingebe, dann lande ich automatisch auf. Lasst mich das kurz zeigen, es dauert leider ein bisschen. So, wir sehen hier, register.html ist die Zielwebseite von dem ganzen Ding. Das heißt, lasst uns doch einfach mal direkt auf diese slash register.html gehen. Übrigens, dieses T500 Track 18, die werde ich natürlich auch noch reporten, aber damit habe ich noch ein bisschen was vor. Deswegen machen wir das gleich am Ende. So, ähm, ja, okay, wir sind jetzt hier bei der Registrierungswebseite und wir sehen, hier kann man sogar Namen und so weiter angeben. Lass uns mal gucken, was passiert, wenn wir auf diesen Button hier klicken. Okay, also offensichtlich ist der Button hier, boah, ist das laggy. So, offensichtlich ist der Button hier auch eingebunden worden, damit man irgendein Formular übermitteln kann. Und zwar, ähm, naja, per Postmethode an diese Webseite. Das heißt, wir können leider nicht ganz nachvollziehen, was dann natürlich danach damit passiert. Aber ich habe das jetzt mal für euch soweit gemacht und habe das mal ein bisschen durchprobiert. Und tatsächlich ist es so, dass einfach gar nichts passiert. Ich kann euch das mal kurz zeigen, ähm, wenn wir hier einfach irgendwelche Fake-Daten angeben. Fake, 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 äh, .de, weil wir hier das Deutsch haben. Und dann machen wir hier einfach ein Quertz und Telefonnummer machen wir, ähm, ach, Mann, Uhr. Okay, Telefonnummer, ähm, 1, 1, 1, 1. Mal gucken, was passiert, wenn ich einfach sehr viele Einsen reinpacke. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube nicht, dass die das validieren, ehrlich gesagt. So, genau, das ist alles, was passiert, ja. Ihr werdet dann weitergeleitet auf register.html und, äh, das ist alles, was sich tut. Also das heißt, das Ding hier tut sich auf und dann war's das. Ihr könnt das nicht mehr wegklicken. Es steht einfach nur da, herzliche Glückwünsche. Jetzt sind sie an der finanziellen, äh, jetzt sind sie der finanziellen Unabhängigkeit einen Schritt näher gekommen. So, das war alles. Und ja, das ist die ganze Webseite. Das, äh, war's. Ihr könnt das Fenster nicht mehr wegklicken. Ihr könnt nichts mehr damit tun. Aber, und das ist jetzt der wichtige Punkt, die Daten, die ihr da eingegeben habt. Also, ähm, ich mach das nochmal ganz kurz hier weg. So, diese Daten, Fake, Fakeity, Fake und Fake at Fake.de, die wurden tatsächlich da dran übermittelt. Und, ähm, ja, das Ding ist jetzt, ich hab noch ein bisschen mehr Recherche betrieben über diese Website. Scheinbar benutzen die hier auch einen Namen, ähm, die hier nicht unbedingt. Wobei, ich könnte mir vorstellen, dass die auch nicht echt sind. Wahrscheinlich sind das Leute, die sich da angemeldet haben, deren Namen dann einfach missbraucht wurden. Aber ich hab ein bisschen Nachforschung betrieben. Und zwar dieses Crypto-Code. Die haben auch schon, ähm, beziehungsweise auch diese Werbeanzeigen, die sind auch schon dafür bekannt, dass sie Fake-Namen missbraucht haben. Könnt ihr gerne mal danach suchen. Ähm, die haben einfach tatsächlich Namen von irgendwelchen Leuten missbraucht, um dann das Ganze anzugeben. Das heißt, wenn man jetzt nach diesem Menschen suchen würde, dann könnte man natürlich, also nicht nach Fake, Fakeity, Fake, aber nach irgendwem anders, könnte man natürlich auch Bilder von demjenigen finden. Und diese Bilder könnte man natürlich hier dann ohne Probleme einfach reinpacken, beziehungsweise einfach irgendwelche Bilder nehmen, die man auf, äh, Google-Bildersuche findet. Irgendwelche männlichen oder weiblichen Bilder. Völlig egal. Ja, und dann kann man einfach hier irgendwelche Fake-Namen, Fake- oder Fake-Namen benutzen, und so weiter und so fort. Und dann steht das da. Ist also klar, dass das nicht echt ist. In dem Fall ist jetzt nicht wirklich was Schlimmes passiert. Was ich euch aber definitiv zeigen möchte, ist, wie ihr diese ganzen Webseiten hier reporten könnt, damit ihr das Ganze auch mal wegbekommt. So, und das heißt, wir nehmen erstmal dieses YouTube-Video hier. Und hier gibt es dann die Möglichkeit, das Ganze zu melden. Okay, das dürft ihr gerne mal machen. Und dazu muss man sich leider anmelden haben, können wir hier auch tatsächlich hergehen und sagen, wir reporten das YouTube-Video mit unserem Konto. Das ist völlig egal. Dann kriegt es halt einen Aufruf mehr, aber dafür wird es eben, ähm, reportet. Und dann könnt ihr das hier wegen Spam oder irreführende Inhalte und Betrug reporten. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel geschrieben, äh, wird genutzt, um per Spam-E-Mail auf der Seite, ähm, bla bla bla, Opfern ihre Daten zu klauen. Und dann können die das ja direkt sehen, dass es auf dieser Seite eingebunden ist. Und dann kann man das schon direkt melden. So, nächster Schritt ist, und nein, wir werden diese Webseite nicht pen-testen oder hacken oder sonst irgendwas. Das ist, dann würde ich mich ja selber strafbar machen. Aber wenn ich da draufklicke und die ganzen Sachen reporte, dann ist das eigentlich was, was ich definitiv machen kann. Der nächste Schritt ist also, ich möchte hier eine Whois durchführen. So, da könnt ihr einfach mal danach googeln. Whois und dann einfach whois.net. Fertig. Und dann habt ihr schon alle Informationen über den Domain-Betreiber, den ihr, äh, die ihr braucht. So, das heißt, ihr habt hier T500-Track18.com. Die kopieren wir uns und warten, bis das Ding hier fertig geladen hat. Halleluja, ist das heute langsam. So, und hier sehen wir jetzt hier Domain-Namen, T500-Track18, Registry-Domain und so weiter und so fort. Da können wir quasi alle Informationen rauslesen, wenn wir das wollen. Und eigentlich habe ich diese Seite hier gesucht, die ist irgendwie besser. Ähm, so, wir sehen auch hier direkt, es ist bei Namecheap registriert und, ähm, hat die Cloudflare-Name-Server, völlig irrelevant eigentlich. Aber was hier auch sehr, sehr interessant ist, ist der Registrant-Contact, ja. Das heißt, dieser Kontakt hier, der angegeben ist, das ist einfach nur der Whois-Guard. Und der Whois-Guard ist eine Firma in Panama, wie wir hier offensichtlich sehen, die tatsächlich einfach nicht angegeben, äh, da muss niemand irgendwas machen. Das ist einfach eine Firma, da kann sich jeder andere einfach so quasi hintendran verstecken und das wird natürlich auch ganz gerne mal verwendet, um sich anonym, ähm, eine Domain zu registrieren. Ziemlich sad, äh, das Ganze und das, das wollen wir natürlich nicht haben. Deswegen schreiben wir jetzt einfach mal an Namecheap, weil hier unten ist auch tatsächlich eine Abuse-E-Mail von Namecheap angegeben gewesen. So, hier, abuse-at-namecheap.com, das heißt, da können wir jetzt eine E-Mail hinschreiben und denen klar machen, ja, Leute, das ist keine richtige E-Mail. Ähm, und das geht so nicht. Äh, beziehungsweise keine richtige Domain, die irgendwie legitim ist und das geht so nicht. Gut, lasst uns das kurz machen. So, nachdem das jetzt fertig ist, können wir hier noch ein bisschen weiter investigieren und ja, wir sehen, also hier können wir nichts mehr machen, das ist eigentlich soweit gegessen. Hier können wir auch nichts mehr machen, wir sehen hier im Endeffekt nicht, was genau da abgeht. Und ja, die Seite hier ist quasi auch für uns erledigt, weil egal, wo wir draufklicken, also ich kann das auch gerne mal zeigen, egal, wo wir draufklicken, wir landen immer wieder bei diesem Krypto-Dingens. Also, wir können nicht irgendwo anders hin, das ist einfach quasi das Ende hier. So, was wir jetzt allerdings durchaus noch machen können, ist, wir können diesen Blockspot, ähm, noch mal genauer unter die Lupe nehmen und hier mal reingucken. Ähm, und lasst mich jetzt so wieder hier rauf gehen und ja, jetzt gehen wir nochmal auf diesen Blockspot und dann sehen wir gleich, wir landen nicht immer bei derselben Adresse. Da hier allerdings nichts geladen wird, ist das natürlich ein trauriger Zwischenfall und, äh, ja, natürlich wollen wir jetzt hier auch dieses bbgore.com, ähm, naja, mal ganz kurz unter die Lupe nehmen, wir machen. Es ist einfach mal so, dass wir direkt auf bbgore.com gehen und dann sehen wir, wir werden direkt weitergeleitet, dann eine weitere Seite, die wiederum, äh, nicht vorhanden ist und so weiter und so fort. Und das ist ein trauriges Spielchen. Ähm, und wenn wir uns das hier mal auf Hybrid Analysis angucken, dann sehen wir hier, dass VirusTotal, das Ding, mit zwei, also zwei Prozent der Virenscanner auf VirusTotal erkennt diese URL bereits, das heißt, die ist schon bekannt, da müssen wir also nicht wirklich was tun. Die hier ist zumindest mal immer noch nur Suspicious, wie wir hier gleich sehen werden, warum auch immer, dass es gerade noch wieder neu lädt. Suspicious ist schon mal, äh, ein Anfang, aber zumindest noch nicht das, was wir gerne hätten. Also könnt ihr auch ganz gerne einfach mal diese URL hier reporten, wenn ihr das wollt. Ihr wisst mittlerweile, wie das geht, einfach mal nach der Abuse-URL googeln, ähm, und ja, dann findet ihr das. Das ist sozusagen eine kleine Übung für euch, wenn ihr so wollt. Okay, um nochmal ganz kurz zurückzugehen auf die Anfangs-URL, das war ja eine Blogspot-URL. Also ich zeige dir nochmal ganz kurz hier, das da war quasi die, oh nein, halt, stopp, das ist nicht vollständig. Das hier ist die vollständige, ups, URL gewesen, von der ich am Anfang geredet habe und die wollen wir natürlich auch reporten. Das kann man wunderbar bei Google machen, einfach Spam-by-Blogger. Und ich weiß nicht mal, ob das so funktioniert, aber wir probieren es einfach mal aus. Ich habe nichts anderes gefunden. Falls ihr da irgendwie Informationen habt, ich habe Bock, das irgendwie immer mal wieder zu machen, ähm, und ich fange gerade erst an mit dem ganzen Reporten und so weiter. Das heißt, wenn ihr da irgendwelche anderen Ideen habt oder sowas, dann könnt ihr mir ganz gerne einfach schreiben und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.